Das könnten wir machen. Seattle Seahawks gegen Oakland Raiders letztes Vorbereitungsspiel. Und es sind schon einige gespannt auf unser Spiel. Boah, fuhrverkackt. Scheiße. Boah, es habe ich gerade gut reagiert. Ich habe einen 1-Druck und dann gleich 4-Eck und habe ihn gekackt. So. Er hat zwei anders vergessen. Er hat zwei anders vergessen. Hallo Mario. Was? Der Masi ist da? Ja. Boah, hallo Mario. Wir können sehen, was du schreibst, wenn du was schreibst. Das gilt übrigens für alle. 3-Match-Press. Vielleicht. Okay. Ja, bitte, bitte. Wenn es geht. Mario. Wahrscheinlich. Football an sich verstehst du nicht? Oder unhaftig? Nein. Nein. WTF? Aufstehen lassen. Aufstehen lassen. Aufstehen lassen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mario, das war ein guter Spielzug von uns. Wir haben jetzt alles richtig gemacht. Und so. Psst. Er versteht das Spiel eh nicht. Ich meine. Er weiß. Die sind die Oakland Raiders. In dem Spielzug. Oh nein. So. Lock's frei, lock's frei, lock's frei. Oh nein. Ich bin... Ich kann eh weiter hier. 202 nicht zu übersehen. Richtig. Das ist richtig. Das hätten wir am Anfang vielleicht einstellen können. Nein. So. Oh. Oh. Okay. Wir müssen mal audiblen. Achtung. Achtung. Okay. Quick Slides. Wir machen doch den Wurf. Weil die Verteidigung so schlecht steht. Also für uns schlecht steht. Geht los? Ja. Irgendwer ist... Ich weiß. Das hab ich gut gemacht. Oh falsch. Ups. 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 So Porque mega nehme ich. Ich war noch nicht durch. Da hab ich nichts geschrien. Das Problem war weil da 2 increitenveste. Ja. Insight Zone. Inside Zone. Halfback Insight Zone okay. Ist was so wenn das nämlich rot aufleuchtet, dann ist dort zur, dann kommst du fast nicht durch. Ich bringe mit dem Armin ein Tor auf den Lauf aus, gell? Okay. Eins, zwei, drei. Den hat's keiner geblockt. Aber der Armin ein Tor ist auf den Lauf dann natürlich. Naja, mach. Ja, sieh, du musst da laufen, damit der Verteidiger mit dem Lüt geht, quasi gleich. Weil sonst, ich war mit dem Lüt. So, jetzt machen wir einen Wurf. Wir haben jetzt Mario den dritten Versuch und wir sind elf Yards schaffen. Der Kugel hat mich sehr gut an. Ich bin mit, 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 drei. Ja. Alles erledigt. Drei. Drei haben wir geworfen. Du hast nicht durchgegangen. Ich bin sehr schön. Es schaut schlecht aus. So. Alter. Genau, Mario. Und zwar links oben siehst du First and Ten. Jetzt bald nicht mehr, also jetzt doch wieder. Das heißt, erster Versuch von vier möglichen, um zehn Yards zu schaffen. Und da gibt's diese orange Linie im Hintergrund. Die sagt dir... Dort sind die zehn Yards und bis dorthin müssen sie kommen. Und wenn sie das schaffen, gibt's wieder vier Versuche um zehn Yards zu schaffen. Und so arbeitet man sich dann immer weiter nach vorne, bis man in der Endzone ist. Das heißt, jetzt werden sie nicht mehr die sieben Yards versuchen, sondern eben viel Yards. Das bringt dann drei Punkte. Weil sie vorher drei Yards mit dem Lauf geschafft haben. Okay. Okay. Noch mal bitte. So. Danke. Geht los. Geht los. Du müsst... X, 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 X. Ja! Jetzt bist du abwischen. Genau den Schluss. Bist du genau weg. Ich hab eigentlich nichts anderes getan. Nein, aber du bist trotzdem... So ist es. Das war genau der, der sich nicht ausgemacht hat. Wenn es gerade weitergelaufen wärst... Ja. Schwierig. Okay. So. Ohio. Vertical tight end cross. Okay. Okay. Hier. Krugel. Okay. Okay, ich bin nur Lockett. Eins. Zwei. Drei. Krugel. Verpacken. Ich bin nur Lockett. Ich bin nur Lockett. Ich bin nur Lockett. Jawoll. Sehr gut. Jetzt haben wir mal angeschwungen. Ist ja nicht... Also angeschwungen. Angeschwungen haben wir bereits. Aber zumindest haben wir mal... Stattel. Sonst geht es jetzt nicht aus. Sehr schön. Aminata. Uh. So. Ja. Der Lobo müsste vorne alles wegdrucken. Eins. Zwei. Drei. Uh. Über die Linie. Über die Linie. Jawoll. Ich wollte jetzt nicht drüber. Ja. Sehr gut. Stattel. Eins. Zwei. Zwei. Oh. Das war nicht fast. Wir haben das genau gewusst. Eins. Zwei. Drei. So. Tisschen. Ja. Das ist aber als schlecht worden. Das ist aber schlecht geworden. Ist der schlecht geworden oder oder? Ja. Hins müssen wir? Ich weiß es. Du hast gut. Ist gut. Okay. Man geschwungen. Ja. Aber im ersten Ding. Ich habe sie hinten gemacht. Naja, aber sie ist gut. Okay. Pa Strap Shot. Lange. Jetzt probiere ich mal ein. Überraschenes. Ballwind. 1, 2, 3, 4 Scheiße! Pulverkack! Fuck! Ja, das ist relativ weit! Ich hab da ein Rekordlick bei... Oh! 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 Das gehts ja aus! Das gehts ja aus! Ja! Low Cut! Ja! Auch grün! Die Rekord! Der Rekord ist glaube ich 62 Jahre oder so in... ...in Danua. Weil die so hoch oben sind. Ja! Dann wurde doch leichter. Genau! Eigentlich eine Sache für Mario. Oh! Die Offensive Line ist winning at the point of attack. Oh! Oh! Hol ihn dir! Ja! Oh! Sehr, sehr gut! Sehr, sehr gut! Da! Vierk, vierk, vierk! Oh! In die Kriker! Perfekt! Ist das ok? Du musst dann... Wenn Oger dir vier steht, musst du noch vier suchen. Oh! 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 Da war er! Ja! Den hat... Außer'n Tyler Rocket, der den fuhr gefressen hat, keiner gesehen! So! Ich dachte mir war noch Sturz! Super! Super! Fuhr wegflog! Wulsch! Oh! Drive Slug! Das klingt doch super! Sehr langsam! Langsam? Slug! 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 Der X ist auch super! Der X ist auch super! Der... Der... Alle anderen hätte ich auch! Geht los! Ja! Huuu! Ok! Der X muss sich irgendwann laufen! Der X ist einfach nicht gelaufen! Also mit R2 draufbein funktioniert's nicht! Ok! Haben wir los gelernt! Ok! Eins, zwei, drei! Das war's voll fair! Pfff! Ich kenn das! Das ist voll fair! Ok! Einfach! Unser 25-jähriger, 35-jähriger John Ryan! Wenn er seitlich rauskommt, macht es nichts, dann wird Dort gestartet, oh f***, oh f***, der muss liegen, naa. Dann wird Dort auf der Yardlinie aufgelegt, wo er das Spiel verlassen hat, wenn er hinten rausfällt, kommt er auf der 20 Yardlinie. Muss man wirklich sagen. 2nd and 5, 2nd and 1. Jawoll, 2nd and 1. 2nd and 2. 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 Nein, nein, ich sage, dass es nicht 2nd und 2nd and 2. Achso. Dann drauf. Undersmoke. Undersmoke. Undersmoke, f***, dann machen wir. Okay, okay, haltet ihr es ab, haltet ihr es ab. Aber war nicht zu schlecht. Du kannst nicht, du kannst nie aufhalten. Nein, das kann ich nicht. 2nd and 2. 3nd and 1. 2nd and 1. 2nd and 2. Per return. Also per return. Also per return, okay. So. And, 2, 3. Trajek, Kugel! Ich komme nicht. Der Kugel kommt nicht mehr. Wow, super! Hier kommt Kugel für den Siehaut. Kugel, 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 Kugel. Und jetzt machen wir einen Timer. Der Körs wäre zum Beispiel glas. Oder der Richardson wäre ganz glas. Richardson wäre ganz glas. Eins, zwei, drei. Kugel! Rotter Mann ist da. So. Okay. Kugel los. Ja, 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 ja. F***. Ein netter Start, Kugel. Ja! F***. F***. Locker mit 4-Eck fangen. F*** mit 4-Eck fangen. F*** mit 4-Eck fangen. Jetzt gleich noch aus. Das ist super. Und die zweite Hälfte sind noch gradiziellen Stärken. Dreieck, 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 Dreieck. Jetzt musst du laufen, jetzt musst du laufen. Das war super. Es war viel besser als hätte... Dreieck schlechter als hätte das Dreieck drückt. Wenn er in der Luft ist, dann geht es auch. Stimmt. Schlechter Snack. Schlechter Snack. Gute Run, gute Run. Natürlich. Yes! Sehr gut. Ah, F***. Wie kann man hier auf Laufruhen tun? Rechts gehen. Du hast einmal Kugels. Kugeln. Und jetzt noch rechts. Option ist, du kannst aussuchen zwischen Quarterback und Lost. Ich zeige dir mal. Quickbass. Okay, okay. Quickbass sind schnelle Kurze besser. Medium ist natürlich. Mittel und Long sind eh die ganzen Laufruhen. Der unser Quarterback jetzt... Vielleicht gehen wir jetzt auf die Kurze setzen. Bench. 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 Ja, ja, geht so leicht als das. Im Kurs. 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 Vierieck. Na, scheiße. Ich hab dir falsch gesagt. Ja, richtig, richtig. Der hat mich sicher gefragt. 100 Prozent. Bad Interference. Oh, F***. Na, ich sogar. Das tut mir sehr leid. Oh nein, ich bin der schlechteste Mensch. Ich hab den Tenen und Michael Ward. Er lässt bitte durch. Uuuuhhhhhh. Schade. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Ich würde uns vorher aufs Quarterback setzen. Ich blöde vergessen. Jetzt fällt es rein, dass es richtig wird. Oh ja. Jetzt hast du ihn. Ja. Mein Gott, und ich schaue auf den Vorstellspieler. Rottel ich blöde. Ich hab ihn auch für die ganze Zeit. Blitz bedeutet, Mario, dass wir ganz schnell versuchen zum Quarterback zu kommen und den wieder wieder zu stossen. Das Problem ist, dass, wenn wir nicht erwischen, uns bleibt im Backfield, also hinten fehlen und die dann relativ ungestört den Pass fangen können. Also riskant. Ja. Aber super wenn es eigentlich ist. Uuuuh. Naaah. Ich bin gerade ausgerechnet. Naaah. Ja, der war wichtig. Gott sei Dank. Puh, ich weiß schon was dabei. Ja, aber das war so hart. Der hat sich durch jeden Drück gematet, irgendwie der Trockel, also gematet. Der Haftbecker ist, oder? Haftbecker. Der auf dem Stocker, oder? Ja. Vor allem ist das nur der Ersatzleiter. Es springen ja jetzt generell nur die Ersatzleiter in der Vorbereitung. Double Blitz. Jawohl. Ja. Jetzt werden wir schon fast durch. Wärst du fast durch? Ja, ich weiß schon. Ich bin den Hinten genommen und bin durchgefahren. Du brauchst das länger. Du musst schauen, ob der Hintere wirklich Laufen so ist. Ja, ich hab deswegen auch den Hinten gesehen, dass der auf dem anderen hingeht. Return. Left. Okay. Right wird gar nicht vorgeschlagen. Ja. 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 War gut. War sehr schön geworfen. Gibt's nichts. War gut verteidig leider. Ja. Ja. Hier bin ich. Ja. 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 Essungen. Ja. Ja. Nasslein. Ja. Achtung. Los. Vier. Hahahaha. Das ist Gerryogni. Ja. U. Ja. Und wir finden das eine den Sinn Arabischen oder zwei oder vier. Wir f retrochreiten und dort Flagen der NV salvar und Moment tightenービ� prayedsbruck. Hinten mit dem Cursor? Du hast die Kamera umgeschüttet. Sohne, jetzt sieht man wieder aus. Frühweiser, Frühweiser! Wie bin ich geschaffen? Wie bin ich dort? Los! Fierg, Fierg, Fierg! Ich hab gerade... Störf! Lauf! Ne, schüttelt dein Kopf, ich verstehe es! Ich hab schon alles drückgehabt, das ist zu leise schnell ausgenommen. Das ist ein Logo, das ist ein Logo! Nicht doof, sondern gut, okay? Die ist der und auch der Sand, oder Schauber! Das ist ein starkes Angriff, würde ich wissen. Ja genau, das ist gut. Der Fucker... ...druckt mich genau, welchen richtigen Moment. Der Coach ist, glaube ich, nicht zufrieden mit uns. Na, hab ich das Gefühl. Ich glaube, ich spiel. Brauchhaub, brauchhaub! Alter Schwede! Wie kann sowas passieren? Ja, das war so ein Glückspass. Also Pass. Schau dir das an. Der fliegt der Ball aus der Hand und der andere Trottel. Ach, ich hab ihn leider vorbei. Ich hab mit dem, kannst du nicht rechnen, dass der da... Ja. Ja. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Ja. Ich hab ihn nicht mehr. Ja. Ich glaub ich bin... Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Ja, voll geil. Ich hab ihn nicht mehr. Es ist nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Ja. Ich hab ihn nicht mehr. Nicht direkt, nicht direkt, das ist ganz schlecht, weil dann vergeht auch die Zeit. X, X, X! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du darfst die nette Wegnahmen. Ja, ich bin gespannt, das ist jetzt los. Minus 13 und er applaudiert? Also da geht's auch. Gut, also das könnte sein. Komm, da fahren wir nicht früher. Und gleich noch einen zweiten. Das ist richtig. Nachher werde ich mal eine Inside Zone, und zwar einen Inside Zone Split. Firk, du einmal. Und jetzt Zone Heat probier mal, was der sagt. Achtung! Zehn! Okay. Stimmt, Laft, geht los. Tut schon, tut schon. Wenn der eine Mensch da hat ja drei Minuten, von dem her haben wir keinen Stress. Okay? Ja. Geht? Ja, ich bin der X. X, hier, X! X, X! X! Ich habe ja alles drückt, ich habe keinen Beschluss. Nein, kann das passieren. Ausspringen, ausspringen. Oooooooooder, zusammen in Finko-Range. Ausspringen, ausspringen. Gut, dann haben wir. Ich bin fast kack, ich bin nach Ab. Ich bin fast kack, ich bin nach Ab. Ich bin fast kack. Okay, ich bin der 4. Ich bin der X. X! Ja! Ja! Stark! Ah, ich habe damals gemacht. Entschuldigung, ich bin voll verkargt. Huuu! Der Chat schnell. Der Chat schnell. Der kriegt nur an deinem Internet. So, die Laufsagen gut gegangen vorher. Ja, die Läufe sind nicht schlecht. Du kannst ja gerne mit Go-Suggestions machen. Du kannst ja gerne mit Go-Suggestions machen. Ich habe jetzt gleich leichter. HB-Stretch. Ja, passt. Du Lauf noch mal Armin. Ja. Du wirst halt nicht gut aus. Du musst, du musst, du musst. Du aus. Okay. Und so laden. Ja, so hat er Zeit. Dreieck. 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 No Hubble. So, jetzt geht es ein bisschen schneller weiter. Irgendwas aus, oder? So, jetzt rein die Zeit. Vierze rein die Zeit. Dreieck. 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 Und Bench zwei. Passt. Und Bench vier. Irgendwas. Irgendwas. Nein. Habe ich auch gesehen, das ist super fast. Ja. Okay. Ja. Kogel. Ja. Fuck, war das knapp. Der zweite Touchdownpass auf dem German Curse. Fuck, war das knapp. Den Baum. Jetzt haben wir viel zu viel Time out genommen. Viel zu viel Time out genommen. Eigentlich schlecht. Ja, aber so wie halten sie jetzt auch noch mal auf. Segen wir die anderen Druck heute schon. Ich bin ja viel zweit, wenn ich schon wieder umdrehe. Stark. Stark. Alles gesehen. Alles gesehen. Oh mein Gott. Wir hoffen die Uhrzeit an. Kann nicht so wichtig sein. Ich möchte jetzt keinen Druck machen Bernd, aber wenn du jetzt was sagst. Wieso tust du denn so locker? Wenn du sonst drüber gehst. Das weiß ich schon. Locker. Over time. Over time. Kick off. Mittel. Das ist super gut. Wir müssen nur kein Förder. Nur der Halfback nicht. Den wird noch passen besser. Das ist gut, das ist gut, weil es so läuft dann. Aber jetzt müssen wir halten. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja. Oh mein Gott. Es geht. Sonst wäre es auf 35. 5. 3. 5. 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 Und da ist es noch. Schott, der war Schengbeil. Du warst du, oder? Hat gut passt. Covers 3 Sky Breaths. Wow, fuck. Aber so peinlich, wenn du bei der Inkopole. Du musst aufhören mit dem Glitz 4. Ja, das ist besser. Ich mache ganz selten und Technikiert. Wow! Ah, du willst wissen, gell? Ja. Ah, einfach feinlich. Und die Zeit hat auch gekocht. Und sie sind mittlerweile in der Kickall-Reunch, ja. Okay, jetzt haben sie die Sekunde... Cover to man, cover to man. Steht nicht vorbeige? Ja, das stimmt. Das stimmt leider wirklich. Ja, das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Ich behaupte mal, ich werde das Spiel verlieren. Ja, das stimmt nicht. Aber Thumbull ist klar. Thumbull ist klar. L1 beim Quarterback nicht. Dann kannst du den Vergehen ausgeschlagen. Okay. Das habe ich noch nie geschafft. Ja, das stimmt nicht. Sehr gut. Warte, warte, warte. Vielleicht läuft die Zeit ab und sie machen nichts mehr. Warte, 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 stopp! Nein! Ja, weißt du, jetzt genau das Field goal, gell? Ja. Die Zeit läuft ab und... Und du bist auch speziell dafür? Ja, ich muss nur den Spula kriegen. Das Ding starten, gell? Genau, ja. So ist es. Oder rechts. Je nachdem. Aber eher... Nach der Werbung. Nach der Werbung. Nach der Werbung. 17, 17. 5 Sekunden auf der Uhr. Du, Base, Block, Right oder Left? Let alone block. Right, 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 right. Okay. Und sie sieht es an den 40. Und es ist ein 50-Yard-Kick für den Win. Na... Ja! Lauf, 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 lauf! 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 Das, 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 das... Wir fingen, wir fingen! Wir fingen! Ich hätte es nicht! Ja! Ja! Welklasse! Welklasse! Alter, das, das, das! Das, 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 das ist nicht immer so ein Doppel. Ja, was? Ja, was? Ja! Aufkehrenschule, aufkehrenschule! Und drauf, auf! Wir haben verkeilt, wir haben die Testung. Es hat auch gereicht, für die Overtime. Wir macht die Overtime. Genau, richtig, einen Moment. Oh! Im richtigen Moment vier Hektar. Im richtigen Moment vier Hektar. Im Rupter nämlich so. Im Rupter, ja. Bis du, bleibt dann! Hör mal auf, Renn! Ich bin eigentlich nur vorbeikaufen fahren. Welklasse! Woho! Was heißt, wir gewingen das nicht? Oh! Was? Fake! Nein, nein! Nein! Ich hab wohl keine Warenwurst. Oh, dann wosch ich eh! Full, full! Okay, unter dem! Full verkackt! Das war mir jetzt so wurscht! Full verkackt! Das hab ich mit Overtime zweit gemeint. Ich denke, das wäre nichtmütiger gewesen. Schau, wer schaut! Gehört! Gehört! Ja! Ich hab noch verstanden! Ich hab die ganze Zeit für Schnaps, Schnaps gehabt, ne? Ich hab die ganze Zeit für Schnaps, Schnaps gehabt, ne? Den brauche ich zur Beruhigung! Gehört! 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 Gehört!